ARD Text im Auftrag von Funk Oli Ali, hoi zusammen. Sorry, ich kann leider nicht sitzen. Ich habe nämlich einen riesen Bückel am Arsch. Und der tut sehr weh. Aber dank dem Internet kann man sich heutzutage ja perfekt selber helfen. Dr. Google weiss alles. Einfach den Bückel fotografieren. Und dann im Internet recherchieren. Z.B. auf www.pickelpanik.ch Ihr Foto wurde synchronisiert. Was? Nein! Mist! Super mega doppel Mist! Ich habe mein Bückelfoto aus Versehen auf Insta geladen. In Family Account. Das heisst meine ganze Family. Ich habe jetzt das Bild gesehen und dann habe ich erwisst... Bär, du Sau! Gib mein Handy! Nichts, das wird jetzt eingestampft! Nein, mein Handy! Mein Bückelfoto! Dann lass das Foto doch einfach davor vorstehen! Login. Oli Verlierer. Family Account. Wofür ist heute das Passwort? Kann ich du sein gerichtet? Scholi, Schüli. 999. Yoda Forever. 1, 2, 3. Hoi, Sarna. Willi! Was macht ihr noch? Der Oli hat gerade ein Foto auf Insta... Was hast du? Du dumme Futspire! Dumme... Futspire... 0,0,0. Lösch' ihn! Bin da! Geräusch! Okay, bin auf Instagram. Welches Fati meint? Kein! Sind Sie sicher, dass Sie das Bild löschen? Ja. Bitte bestätigen Sie noch einmal. Ja, ja, ja! Bitte akzeptieren Sie zuerst die allgemeine Geschäftsbedingungen. Was ist denn das? Stop! Stop! Don't talk to me. Loser, lame. I wanna be like. Oh, totally. Totally. Pssst! Stop! Don't fight to me. Loser, lame. I wanna be like. Oh, totally. Totally.